Okay, Dana, du greifst sie jetzt an und Marlene, du versuchst, dich einfach zu verteidigen, okay? Und denk daran, du bist ein Baum und deine Wurzeln reichen bis in den Mittelpunkt der Erde, okay? Los. Okay. Au. Au, Dana, lass los, au, lass los, bitte. Oh. Marlene, wie lautet die sechste Regel? Christian, vielleicht sollten wir einfach... Wie lautet die sechste Regel, Marlene? Es geht nur darum, den Geist zu befreien. Ja, genau, aber dafür musst du dich konzentrieren, also. Wo bist du mit deinen Gedanken? Christian, vielleicht sollten wir wirklich... Dana! Lässt du uns bitte mal für eine Minute alleine? Pst. Marlene, willst du das hier wirklich? Oder ist das Ganze nur ein Versuch, an den du selber überhaupt nicht glaubst? Weil dann, dann vergolden wir unsere Zeit. Antworte mir bitte. Lass das. Was willst du? Ich will lernen, mich selbst zu verteidigen. Okay. Und was noch? Ich will... Ich will endlich wieder frei sein. Sehr gut. Und was darfst du dafür nicht haben? Angst. Ich will nie wieder Angst haben. Okay. Ah! Gott! Au! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Geht doch. Uuh. Noch mal? Baby, don't you know about me?